Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Quadrat zwischen Merkur und Jupiter, wir haben zwölf Quadrate gezählt, ich kann sie nicht alle aufarbeiten, das geht nicht, es tut mir leid, es ist zu viel, da ist zu viel Action, da müsste ich 20 Teile machen, ich will euch das ersparen. Wenn wir uns hier nochmal die Halbsumme anschauen, die eben aktiv daran beteiligt ist, sozusagen bedrückte, unglückliche Menschen zu produzieren, woher kommt das? Der Mond ist natürlich die Lüge, der Betrug, Verschwörungsarbeit, Geheimdienste und der Saturn ist, ja richtig, das Thema Gesundheit, das Gesundheitsthema, die Gesundheitsmaßnahmen, die, wie wir hier unschwer erkennen, über den Deszendenten mit dem zwölften Haus Mond untrennbar verbunden sind. Es wird hier die Achse 6,12 ausdrücklich hervorgehoben und interessanterweise ist diese Halbsumme der Hauptdarsteller, der tatsächliche Hauptdarsteller dieses Horoskopes. Das da ist auf der Hauptachse, das heißt, das beherrschende Thema für die nächsten drei Monate wird sein, Gesundheitsmaßnahmen und deren Erlügung. Also unheimlich spannend und was ich auch sehr, das hätte ich wohltuend sagen wollen, aber es ist nicht wohltuend, lassen wir das, das hebe ich mir für den sechsten Teil auf. Die Spitze des Zehnten Hauses steht im Widder und der Herrscher von Zehn ist der Mars. Der Mars ist auch, vom Mars ist auch die Bevölkerung betroffen, wegen des eingeschlossenen Skorpionzeichens. Also das heißt, die Auswirkungen der Stazifanten finden natürlich auch bei der Bevölkerung große Auswirkungen. Also das heißt, was die Stazifanten hier so anstellen, fügt uns natürlich großen Schmerz zu, gar keine Frage. Und sie verstecken sich hier gekonnt hinter ihren Schergen. Und die Schergen stehen mit Merkur als Herrscher von Elf. Spitze Elf, sehr stark da, aber ich lese auch hier große Veränderungen innerhalb der Schergen. Das heißt, immer mehr von diesen Staatsbürgern, die sind ja Leute von uns, kommen jetzt auf unsere Seite. Immer mehr Menschen erkennen, was hier gespielt wird. Also würde ich sagen, diese Karte Gerechtigkeit sollte hier walten. Und in Summe haben wir es eben mit einer extremen Verhärtung zu tun. Ich gehöre ganz eindeutig zu der Stierfraktion. Ich will diese Veränderungen nicht. Ich möchte sie nicht. Wenn ich könnte, würde ich diesen Computer lieber jetzt als morgen aus dem Fenster schmeißen. Und am Pflasterstein 15 Kilo noch draufwerfen. Ich halte, bitte Verzeihung, das ist meine Privatansicht, ich halte von all dieser Computertechnologie nicht das allergeringste, weil hinter www steht die 666, dahinter steht Lebensenergie-Raub. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann im sechsten und besten Teil. Gut, ansonsten in groben Zügen schwieriges Horoskop. Spannende drei Monate stehen uns bevor. Ich kann euch nur bitten, begleitet mich auf dem Weg im Widerstand leisten, weil wir lassen uns das nicht bieten. Wir brauchen 1984 nicht. Wenn Sie das unbedingt wollen, dann sollen Sie das für sich selber spielen. Wir brauchen das nicht. Wir wollen wieder unsere Freiheit. Weiter zum sechsten und besten Teil. Ende.